Herr Professor Marcuse, stärker noch als Ihre geistigen Weggenossen und Freunde Max Horkheimer und Theodor W. Adorno waren Sie in den 60er Jahren so etwas wie der Heros der Neolinken, der revolutionären Jugend von Barclay bis nach West-Berlin. Und alle glaubten damals an eine bevorstehende revolutionäre Veränderung. Und Sie selbst haben, glaube ich, einmal gesagt, dass Sie nicht glaubten, dass diese Veränderung von der Arbeiterklasse käme, sondern eher von Randgruppen der Gesellschaft, von Hippies, von Studenten, von Bürgerrechtlern oder von Angehörigen der dritten Welt. Frage, wo ist diese revolutionäre Hoffnung heute geblieben? Ich glaube, die Antwort ist nicht zu schwer zu geben, weil schon die Frage ein Missverständnis voraussetzt. Ich habe nie geglaubt, dass die Bewegung der 60er Jahre eine revolutionäre Bewegung war. Revolutionär sind nur Bewegungen, die von revolutionären Massen getragen werden. Das war in den 60er Jahren nicht der Fall. Es war eine Bewegung, die zum Ausdruck brachte. Die Veränderung, die in der hochkapitalistischen Gesellschaft vor sich gegangen sind und eine Bewegung, die sozusagen vorwegnahm. Neue Ziele, neue Modelle einer radikalen Veränderung. Die Studenten, die Frauen, die unterdrückten nationalen und rassistischen Minoritäten waren in diesem Sinn eine Avantgarde. In dem Sinn des Vorwegnehmens künftiger Möglichkeiten und Ziele radikaler Veränderung. Ich habe nie gesagt, dass diese Gruppen, diese minoritären Gruppen, die Arbeiterklasse als Subjekt der Revolution ersetzen könnten. Das glaube ich nicht. Ich kann mir eine radikale Veränderung ohne die aktive Tat der Arbeiterklasse nicht vorstellen. Aber es hat sich eben um avantgardistische Gruppen gehandelt, die potenziell neue Ziele und Möglichkeiten der Revolution vorwegnahmen. Gut, also eine Protestbewegung, eine Art Johannes-der-Täufer-Bewegung, Menschen, die etwas ankündigten. Was konkret haben Sie denn vorweggenommen? Die große Verweigerung, von der Sie so viel gesprochen haben? Was Sie vorweggenommen haben, das ist natürlich die entscheidende Frage und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, sie auch nur einigermaßen konkret zu beantworten. Ich habe erwähnt, die Veränderungen, die im Hochkapitalismus vor sich gegangen sind. Eine der Veränderungen ist, dass die klassische Arbeiterklasse, wie Marx sie gesehen hat, das Proletariat, in den hochentwickelten Industrieländern als Proletariat nicht mehr existiert. Der Kapitalismus hat Lebensbedingungen geschaffen, die bei aller Ausbeutung und Enthumanisierung immerhin ein Lebensniveau für die Majorität der Bevölkerung erzielt hat, wie es Marx im 19. Jahrhundert sich noch nicht einmal vorstellen konnte. Das heißt, die Deckung der materiellen Bedürfnisse bleibt nach wie vor erstes Ziel, aber nicht ausschließlich. Die neuen Möglichkeiten. Ja, ich möchte es wagen, Sie in einem provozierenden Satz zusammenzufassen. Ein Satz, der, das möchte ich betonen, nur für die Industrieländer gilt, nämlich die Möglichkeit, die reale Möglichkeit eines Lebens, das nicht mehr als Hauptinhalt lebenslang die entfremdete und entmenschlichte Arbeit hat. Ein Leben, das gelebt werden wird, um des Lebens willen und den Genuss des Lebens erlaubt. Das ist eine reale Möglichkeit, wie sie durch den technischen Fortschritt im Hochkapitalismus erreicht worden ist, nicht nur durch den technischen Fortschritt. Und das ist, was die neue Linke meint, wesentlich, wenn sie von der neuen Lebensqualität spricht. Dass also die Revolution nicht mehr nur bringen wird neue Produktionsformen, neue Produktionsverhältnisse, neue Steigerung der Produktivität, aber auch und in entscheidendem Maße eine radikale Veränderung in der Richtung, die dem Produktionsprozess gegeben ist. Nämlich die Entwicklung und Befriedigung dieser trans-materiellen Bedürfnisse. Lebens als Genuss, neue Sinnlichkeit, die Ausarbeitung einer neuen Moral jenseits der bürgerlichen Moral und so weiter. Gut, aber dieses Leben als Genuss, dieses Leben, um das Leben selbst zu leben, um sich selbst zu verwirklichen, ist das nicht doch ein Ideal, was aus der bürgerlichen Gesellschaft und deren ästhetischen Existenzen abgeleitet ist? Ein Ideal, was eigentlich ganz unangemessen ist für die Zukunft der modernen Massengesellschaft? Dass es ein Ideal ist, das aus der bürgerlichen Tradition kommt, besagt nichts gegen das Ideal. Im Grunde ist es vielleicht sogar richtig zu sagen, der marxische Sozialismus kommt auch aus der bürgerlichen Tradition. Aber hier findet eben ein Umschlag von Quantität in Qualität statt. Was ich noch hätte erwähnen sollen, um Missverständnisse zu vermeiden, die die Phrase Leben ohne Arbeit notwendigerweise mit sich bringt. Dieses neue Leben, diese neue Lebensqualität ist nur möglich, nachdem die Armut und das Elend in globalem Maßstab abgeschafft worden ist. Das heißt also, die wahre sozialistische Gesellschaft wird in ihrer ersten Phase sicher keine Gesellschaft ohne Arbeit sein, aber die Arbeit würde eben das bestimmt definierte Ziel haben, überall in der Welt Armut und Elend zu beseitigen. Und dann erst können wir diese neuen Qualitäten des Lebens uns vorstellen. Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang eine Frage stellen, die vielleicht etwas persönlicher ist und greife dazu das Wort radikal, das Sie mehrmals gebraucht haben, auf. Es scheint mir ein leichter Widerspruch darin zu bestehen, dass Sie selbst zugeben, dass unter den Bedingungen des Hoch- oder Spätkapitalismus in materieller Hinsicht zumindest doch schon ein Großteil der Bedürfnisse abgedeckt worden sind. Übrigens hat mir unlängst jemand, ein Marxist, gesagt, eigentlich ist das durch die Liste der Vernunft, was Marx wollte, so wie man in bestimmten, sagen wir, westeuropäischen Ländern lebt. Nun haben Sie einmal gesagt, seit ungefähr 1963, 64, sei Ihre Philosophie, Ihre Haltung immer radikaler geworden. Was verstehen Sie unter diesen Umständen? Einmal unter radikal und sind Sie in den letzten fünf oder sechs Jahren nun noch radikaler geworden? Unter radikaler verstehe ich, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich es gebraucht habe, wo Sie es gefunden haben. Unter radikalität, ich würde sagen, wenn meine Ansichten radikaler geworden sind, ist das zurückzuführen auf die Tatsache, dass ich die Gefahr einer neuen extremen Rechtsbewegung, vielleicht sogar die Gefahr eines neuen Faschismus, als ernster ansehe, als ich sie in den 60er Jahren angesehen habe. Das ist meiner Meinung nach die Erklärung und in diesem Sinne radikal, dass man diese Möglichkeit einsetzt in dem, was man denkt und schreibt. Nun waren Sie ja nicht nur ein Kritiker gewisser rechter Gruppen und Kreisern, Sie waren auch ein Kritiker des Kommunismus, gewisser Prägung. Was sagen Sie dazu, dass jetzt die kommunistischen Parteien verschiedener europäischer Länder sozusagen abgelassen haben von bestimmten Grundpfeilern des Marxismus und Kommunismus, nämlich auf die a priorische Notwendigkeit des Klassenkampfes, die Diktatur des Proletariats und sogar, wird man wieder zugestehen, den Faktor des Privateigentums. Man könnte sagen, damit sind grundlegende marxische Positionen, wie sie etwa auch im Kommunistischen Manifest bezeichnet sind, aufgegeben worden, sodass man sich fragen müsste, was soll dann noch übrig bleiben, was nicht ohnehin in den bestehenden Verhältnissen, sagen wir in sozialdemokratischen Ländern wie im Westen schon ist. Wozu sozusagen, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, dann noch Revolution? Die marxischen Positionen sind historische Positionen. Und es ist selbstverständlich, dass mit der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, die er beschrieben hat, die Theorie dauernd den sich verändernden Verhältnissen nicht anzupassen ist, sondern sie zu begreifen versucht und aus den bestehenden Zuständen abzuleiten versucht. Die Haltung der westeuropäischen kommunistischen Parteien würde ich erklären als Reflexion der gesellschaftlichen Tatsache, dass die Arbeiterklasse in diesen Ländern in der gegenwärtigen Periode keine revolutionäre Klasse ist. Dass der Klassenkampf zwar durchaus nicht aufgehört hat oder aufhören wird, ich glaube, das hat keiner der westlichen Parteien gesagt, aber dass der Klassenkampf in der gegenwärtigen Periode in anderen Formen geführt wird, in Form, die, gebe ich zu, sozialdemokratischen, manchmal sehr nahe zu kommen scheinen, aber die kommunistischen Parteien sieht diese Politik, anscheinend sozialdemokratisch, reformistische, des legalen Klassenkampfes, meiner Meinung nach nur als eine Übergangsphase an, die dann der kommenden Revolutionierung entsprechend auch eine revolutionäre Strategie wieder möglich machen wird. Ich komme darauf, von diesem Punkt aus, auf frühere Überlegungen, frühere Theorien von Ihnen im damaligen oder Ihrem damaligen Verständnis von Revolution, von Veränderung. Da wurde ja auch in Ihren Theorien das Problem der Gewalt diskutiert und später von bestimmten Gruppen, die man als Markusianer, wenn man will, bezeichnen könnte, sogar praktiziert. Wie sieht es denn nun jetzt unter den Bedingungen, die Sie selbst jetzt wieder etwas anders gesetzt haben als bisher mit dem Problem der Gewalt aus, ist da noch eine Legitimierung möglich? Vielleicht darf ich noch einen Satz hinzufügen. Ich hatte unlängst mit einem Philosophen aus Ost-Berlin ein Gespräch, der als Thema eines Referates den Satz gewählt hat von Hegel, allerdings aus der Jena-Zeit. Was sich der Geist zu eigen gemacht, das ist als Gewalt überflüssig. Meine Frage darauf war, und die gebe ich dann jetzt weiter an Sie, was sich der Geist, so könnte man daraus schließen, noch nicht zu eigen gemacht hat, eine bestimmte Theorie, das muss man ihm dann mit Gewalt beibringen oder wie? Das muss man wem dem Geist mit Gewalt beibringen? Oder den Trägern dieses Geistes. Oder den Trägern dieses Geistes. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und ich weiß nicht, was sich der Hegel dabei gedacht hat. Aber die Frage der Gewalt, für mich, muss aufgesplittert werden. Der Begriff der Gewalt muss als Korrelat den Begriff der Gegengewalt haben. Denn die Gewalt, die ausgeht von einer terroristischen, herrschenden Gruppe, ist sehr verschieden, triebmäßig und soziologisch, von der Gegengewalt, die in der Befreiung von dieser Herrschaft als Abwehr angewandt wird. Also der bloße Begriff der Gewalt reicht nicht aus, besonders heute nicht aus, um den Verhältnissen gerecht zu werden. Lassen Sie mich, oder wollten Sie fortfahren? Nein, nein, bitte. Dann wollte ich Folgendes noch dazu fragen. Auch Jean-Paul Sartre hat diesen Begriff der Gegengewalt benutzt, hat aber selbst einmal gesagt, dazu gäbe es natürlich noch viel hinzuzufügen und dazu müsste noch viel erläutert werden. Und zwar, weil man diesen Begriff sozusagen in einer pseudodialektischen Weise auf jede Gewalt anwenden kann. Jede Gewalt könnte auch in irgendeinem Sinne Gegengewalt sein. Und das scheint mir das Gefährliche, dass alle Gruppen sich darauf berufen könnten, sie üben nur Gegengewalt aus. Das ist eine Gefahr und kann ja begegnet werden nur dadurch, dass man eben demonstrieren kann, wenn wirklich zwei Gruppen in Ausschübung der Gewalt gegeneinander treten, dass man demonstrieren kann, nach den Zielen, nach dem Programm der beiden Gruppen, welche Gruppe die Unterdrückende ist und welche Gruppe sich gegen die Unterdrückung wehrt. Zum Beispiel in den historischen Revolutionen war das nicht sehr schwer. Heute ist die Situation weit weniger durchsichtig, aber diese Abgrenzung zwischen unterdrückenden Gruppen, die Gewalt anwenden, und unterdrückenden Gruppen, die Gegengewalt anwenden, ist immer noch richtig. Glauben Sie denn, dass dort, wo man heute Ordnung feststellt, so etwas wie Herrschaft vorliegt, dass dort, wo Herrschaft vorliegt, Gewalt ist? Das ist also eine zumindest partielle Synonymität dieser drei Begriffe, Ordnung, Herrschaft und Gewalt vorliegt. Ich komme darauf, weil Sie einmal in Triebstruktur und Gesellschaft Baudelaire zitieren, eine Zeile, und ich gebe sie hier in der Deutschen, ja, das alles ist nur Ordnung, Schönheit, Überfluss, Stille und Wollust. Ja, leider sind wir da noch nicht. Und der Philosoph Marcuse fügt an dieser Stelle hinzu, das ist vielleicht der einzige Zusammenhang, in dem das Wort Ordnung seine repressive Bedeutung verliert. Zu dem Satz stehe ich heute noch. Das heißt also, dort, wo wir von Ordnung, von staatlicher Ordnung, von Ordnung in einem technologischen Apparat sprechen, da muss man auch von Herrschaft und auch indirekt von Gewalt sprechen. Ja, aber hier haben wir ja ein Vorbild, wie zu unterscheiden ist. Nämlich Ordnung als Verwaltung von Dingen und nicht als Herrschaft über Menschen. Die alte in Sozialismus wohlbekannte Unterscheidung. Es ist durchaus nicht richtig, dass jede Ordnung Herrschaft, Unterdrückung sein muss. Nicht einmal in der Klassengesellschaft. Ich gebe immer das Beispiel der, zum Beispiel der Autorität gegen die Anti-Autoritären, dass es so etwas wie rationale Autorität gibt, ohne die ein Funktionieren der Gesellschaft, jeder Gesellschaft nicht vorstellbar ist. Zum Beispiel ganz offenbar die Autorität des Piloten in einem Flugzeug im Flug. Die Autorität des Verkehrspolizisten. Alle diese Dinge sind lächerliche Beispiele, aber sie zeigen an, dass es jedenfalls notwendige Autorität und Ordnung gibt, die nicht Unterdrückung und Herrschaft über Menschen einschließt. Aber ist es nicht so, dass auch die Verwaltung von Sachen heute sozusagen zur Beherrschung von Menschen führt? Das ist ein sehr, sehr interessantes Problem. Die Entwicklung der Computertechnik, der ganzen Datenverarbeitung. Das ist zweifellos richtig. Die Entwicklung der Technologie heute kann zu einem Zustand führen, verglichen mit dem 1984 gar nichts ist. Aber auch zum Gegenteil. Alle, fast alle Ergebnisse der Wissenschaft und Technologie, die heute destruktiven Zwecken dienen, können, soweit ich es übersehen kann und wagen kann auszudrücken, können auch zu emanzipatorischen Zwecken eingesetzt werden. Computer, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Computer in einer sozialistischen Gesellschaft dazu gebraucht wird, so schnell und sicher wie möglich festzustellen, in welchen Gegenden des Landes welche Bedürfnisse noch nicht erfüllt sind und Prioritäten danach zu bemessen. Darf ich da eine Zwischenfrage einschieben? Auch hier scheint mir jetzt der neue Marcuse und der ältere ein kleiner Widerspruch zu liegen. Was Sie damit sagen, heißt eigentlich, dass die Technik und Ihr Instrumentarium wertneutral ist. Sie sagen gerade, der Computer als solcher, man kann ihn auch dafür und dafür. Sie haben aber ausdrücklich in dem Buch Der eindimensionale Mensch erklärt, dass diese These von der Neutralität der Technik geradezu verhängnisvoll und natürlich falsch ist. Sehen Sie es jetzt auch anders? Oder gibt es eine andere Interpretation der Technik-These? Ich würde sagen, es gibt in der Technologie und vielleicht auch in der Wissenschaft eine Sphäre, die neutral ist und eine Sphäre, die nicht neutral ist und nicht neutral sein kann. Am einfachsten wäre zu illustrieren, die Technologie ist in ihrer Anwendung heutzutage nicht neutral. Heutzutage steht sie weitgehend, wie ich eben schon erwähnt habe, im Dienst der legalen Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung der Umwelt, Bewaffnung, Erfindung neuer Waffen, alles Mögliche. Das gehört nicht zum Wesen der Technik und das gehört nicht zum Wesen der Wissenschaft. In diesem Sinne würde ich sagen, Wissenschaft und Technik haben einen neutralen Kern, aber dieser neutrale Kern kommt eben nicht zur Wirkung, in dem gerade, in dem Technik und Technologie zu Dienstmarkt des herrschenden Systems geworden sind. Wenn man das nun auf die Grundlagenforschung, die sogenannte Bezüge, also auf rein theoretische Wissenschaften, von denen ja auch die meisten erklären, da herrscht eine gewisse Neutralität und Wertfreiheit, aber wieder scheint mir, dass Sie in Ihrem Werk bisher auch die Grundformen philosophischen Denkens, die hinter physikalisch, naturwissenschaftlich, technischem Denken stehen, nicht mehr neutral sind. Beispielsweise der Operationalismus, beispielsweise das, was Sie in den Komplex Positivismus zusammenfassen. Sie weisen ja geradezu nach, dass bis in die Denk- und Sprachstruktur auch Wittgensteins hinein der Keim liegt, der verantwortlich ist für Gebilde, die sich dann wissenschaftlich kristallisieren und realisieren, sodass Sie damals auch die sogenannte Grundlagenforschung bis zu einer bestimmten Philosophie hin aus diesem Bereich der Neutralität herausnehmen wollten. Das scheint aber jetzt nicht mehr Ihre Absicht zu sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das wäre, Sie fragen nach dem Grade, in dem alle Philosophie Ideologie ist. Habe ich richtig verstanden? Zum Beispiel. Und auch alle Wissenschaft auf ideologischen Hypothesen beruht. Auf Annahmen, die man aus irgendeinem Interesse heraus zunächst einmal macht. Also dann entwickelt sich ein quasi-objektiver Prozess, dessen Ergebnis dann schließlich wieder in den Mythos zurückschlägt. Ich würde sagen, um bei der Philosophie zu bleiben, Philosophie ist ideologischer als Wissenschaft in dem Sinne, in dem sie nicht mehr oder weniger unmittelbar auf ihre reale Gültigkeit geprüft werden kann. Philosophische Begriffe übersteigen, glaube ich, ihrem Wesen nach, die bestehende Gesellschaft. Philosophische Begriffe sind ihrem Wesen nach in diesem Sinn ideal und ideologisch. Aber das braucht durchaus nicht eine negative Seite der Philosophie zu sein. Das kann positiv sein. Die Philosophie kann vorwegnehmen und hat vorweggenommen Möglichkeiten des Menschen und der Natur, die erst viel später befreiende Möglichkeiten des Menschen und der Natur, die erst viel später, wenn überhaupt, realisiert worden sind. So, ich würde den ideologischen Charakter der Philosophie festhalten, aber gleichzeitig revidieren, dass der Ideologiebegriff durchaus nicht einschließt, dass das in irgendeinem Sinne repressiv ist. Also ein von Marx unterschiedener Ideologiebegriff, wenn man sagt, dass im marxistischen Verständnis Ideologie Rechtfertigung des Bestehenden ist. Nicht jede Philosophie muss Rechtfertigung des Bestehenden sein. Das glaube ich nicht. Welche Philosophie würden Sie denn heute, sofern man so etwas sagen kann, für eine noch relevante halten, eine Philosophie, die als Grundlage dafür dienen könnte, wie es weitergeht? Ist das ein modifizierter Marxismus noch oder haben Sie mittlerweile da Ihre Ansicht geändert? Man könnte auch sagen, welche Philosophen scheinen Ihnen heute noch von Bedeutung zu sein? Hegel, Marx, Marx immer noch, in welchem Maße? Ganz sicher, Kant auch. Ich glaube mehr und mehr, dass sogar unter den Marxisten Kant an die Seite von Hegel tritt als einer der großen Vorbereiter der marxischen Transformation der Philosophie in Praxis. Heute immer noch die ursprüngliche Phänomenologie, das heißt Husserl. Weil da eben ein Versuch vorliegt, ein sehr ernster Versuch vorliegt, das Denken zu befreien von einer verschüttenden Tradition, die eben bestimmte Wahrheiten, besonders in der Erkenntnistheorie, überhaupt nicht mehr sehen konnte. Wir sind jetzt schon bei der Philosophie und ich glaube, das wäre ein zweiter Themenkreis, der interessant wäre, Sie haben mit einer kurzen Unterbrechung von 1928 bis 1932 in Freiburg bei Husserl und bei Heidegger studiert. Ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Ich zitiere das aus Ihrem Buch, mit einer kurzen Unterbrechung. Was habe ich mit der gemeint? Ich weiß es auch nicht. Es wäre jetzt interessant, von Ihnen zu erfahren, wie Sie heute beispielsweise über Heidegger denken. Und zwar, Sie wissen, es sind gerade die ersten beiden Bände einer geradezu monströsen Gesamtausgabe von mindestens 70 Bänden erschienen. Und die ersten beiden Bände sind Vorlesungen aus der frühen Marburger Zeit von Heideggers. Die nächsten werden aus der Freiburger Zeit sein. Und in der Neuauflage 1968 Ihres Buches Hegels Ontologie und das Problem der Geschichtlichkeit aus dem Jahre 1932 ist der Satz stehen geblieben. Ich zitiere jetzt nicht wörtlich. Wenn in diesem Buch irgendetwas Wesentliches gesagt sein sollte, dann verdankt Sie das Heidegger. Dieser Satz ist also stehen geblieben. Sie vermerken, Sie hätten das Buch nicht ändern können, sonst wäre es ein neues geworden. Man muss also daraus entnehmen, Heidegger bedeutet, sagt Ihnen auch heute noch was. Ja. Und merkwürderweise stehe ich auch heute noch zu diesem Satz. Aber ich muss ihn erweitern und qualifizieren. Da sind zwei Fragen. Erstens mal, ob Heideggers Mitarbeit am Narzissmus und Bekenntnis zum Narzissmus schon im Kern in seiner Philosophie enthalten ist oder nicht. Ich möchte das so kurz wie möglich erledigen, bevor ich zu dem zweiten Teil der Frage komme. Es ist, glaube ich, eine Tatsache, dass niemand von uns, während wir mit Heidegger studiert haben, seine Sympathie mit dem Narzissmus gemerkt hat. alles, was getan worden ist, um zu zeigen, dass wahrscheinlich schon in den Grundbegriffen seiner Philosophie der Narzissmus steckt, war ex post, soviel ich mich erinnere. Das heißt, es nach 1932 entdeckt wurde. Da kann man natürlich Vorläufer finden, die immerhin Verklärung des Todes als Existenzial, der Dezisionismus, entscheiden, handeln, mehr oder weniger ganz egal, was, solange du dich nur entscheidest, wenn du gehandelst, dann die Interpretation des Daseins auf Sorge, das völlige Feiern jeder hedonistischen und ich möchte sagen libidinösen Elemente. Sexualität gibt es bei Heidegger nicht, das Dasein ist neutral, es gibt auch nicht Mann und Frau, es gibt eben nur das Dasein und der Einzelne oder wie es immer auch ist. Also da sind wahrscheinlich solche Vorbegriffe, aber ich glaube, sie sind erst ex post ans Licht gebracht worden. Zu dem positiven Gehalt würde ich heute noch sagen, der Heidegger hat mich gelehrt, wie ein Text zu lesen ist. Wort bei Wort. Und zwar so, dass man nicht an den Text herangeht im Gefolge irgendeiner vorhergehenden Interpretation, sondern sich fragt, was besagt jedes Wort hier, so wie es derjenige, der den Text geschrieben hat, verstanden hat und nur verstanden haben konnte. Das war immerhin etwas und hatte immerhin eine emanzipatorische Wirkung. Man hat gesehen, dass in vielen philosophischen Texten, die man als ganz abstrus weggelegt hat, doch Einsichten steckten, die heute noch notwendig sind. Ja, nun ist es aber doch eine Schwäche des Dezisionismus und des Existenzialismus überhaupt gewesen, dass der Existenzialismus, und zwar gleich welcher Prägung, sei es des frühen Jaspers, des frühen Heidegger oder auch des frühen Sartre, gar nicht so sehr darauf ausgeht, wofür man sich zu entscheiden hat, sondern wesentlich war ihm nur, dass der Mensch sich entscheidet, sich selbst verwirklicht, zu einer Entschlossenheit kommt und so weiter. Das heißt, der Inhalt dessen, wozu man sich entscheiden oder entschließen sollte, war bewusst ausgeklammert. Hier sehe ich, also in diesem Individualismus sehe ich eine Verbindung, also etwa zur freud'schen Psychoanalyse bürgerlicher Prägung, wo auch der Analytiker ja einem Neurotiker nicht sagt, jetzt sollst du deine Frau verlassen oder sollst bei ihr bleiben, sondern der Heilungsprozess entsteht ja darin, die Entschlossenheit, die Entscheidungsfähigkeit des Patienten überhaupt wieder zu akzeptieren, er soll die Lösung selbst finden. Aber gerade das ist ja nun die Schwäche dieser Philosophie und mir hat es also niemals, mir war es niemals zufällig, dass Heidegger einerseits zum Faschismus neigte, Sartre zum Marxismus, das heißt, die Inhalte möglicher Entscheidungen kamen von ganz voranders her. Und von daher verstehe ich nicht ganz ihre frühe Kritik am Existenzialismus, er bräuchte nicht unbedingt im Faschismus zu landen, also der Philosophische brauchte nicht einen politischen Existenzialismus nach sich ziehen, ich glaube, das ist eine singuläre deutsche Erscheinung gewesen. Ja, das stimmt, der Existenzialismus braucht nicht in diesem Sinne, sagen wir mal, ohne Objekt, ohne Inhalt, ohne Ziel zu sein, wie Sie schon im Beispiel von Sartre erwähnt haben, obgleich es immerhin interessant ist zu bemerken, dass Sartre heute ja seine existenzialistische Phase nicht mehr vertragbar hält. Er hat sich ja ausschließlich von hier dissoziiert. Was wahrscheinlich ist das das Hauptmoment bei mir, was mich vom Existenzialismus abstößt, ist genau diese Abstraktion von den heute existenziell entscheidenden Sachverhalten, Notwendigkeiten und Zielen, das heißt natürlich vorwiegend soziale und politische. wie weit das bei Heidegger geht, diese offenbare Neutralität, Abstraktion von jeder Politik, bis es dann ausbricht, 1933 als reine Nazi-Propaganda, ist ja erstaunlich. Wenn man heute wieder Sein und Zeit liest und auch die neuen Bände der Gesamtausgabe, die rausgekommen sind, dass es lebt, wenn es überhaupt lebt, in einer Sphäre von nachtgrauer Abstraktion, die wirklich beängstigend ist. Und dann rückblickend auf das Werk von Heidegger muss man nicht, ich möchte nicht zu wild hier fragen, muss man nicht zugeben, dass der Heidegger dauernd Fragen stellt, die er nicht beantwortet. Und kann man dann nicht vielleicht sagen, vielleicht ist was an den Fragen falsch gewesen. Er sagt sogar, dass Philosophieren bestünde eigentlich nicht im Antworten, sondern eben im Fragen stellen. Das ist sehr leicht gemacht. Aber ich wollte, wenn ich das gerade hier zwischenschieben darf, noch zu Sartre etwas sagen, und zwar zu der existenzialistischen Anthropologie. Immerhin hat Sartre noch vor wenigen Jahren doch versucht, oder er war der Meinung, dass dem Marxismus, dem es an einer Anthropologie fehle, wie Sartre meinte, weil einfach hier der Mensch nur als Mengenwesen ganz abstrakt auftaucht, so wie bei Hegel in einem umgekehrten Sinne, und Marx hat Hegel auf die Füße gestellt, so meinte Sartre, er könne in den Marxismus seine Anthropologie, nämlich eine existenzialistische, vielleicht auch irgendwie modifiziert, einbringen, sodass damit erst der Marxismus komplett sei, dann hätte er und zwar eine individuelle, individualistische Anthropologie. Was halten Sie von diesem Vorschlag, wenn Sie sich in diesem Moment als Marxist, als kritischer Marxist oder Neomarxist wie immer auch sehen? Er enthält eine Einsicht, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist, nämlich, dass im Marxismus das Subjekt, das individuelle und konkrete Subjekt zu kurz kommt. Dass der Ansatz von vornherein auf einer Allgemeinheit liegt, die Allgemeinheit der Klasse, sei es der Herrschenden, sei es der Arbeiterklasse des Proletariats und das eigentlich in dem Ganzen, auch in der Entwicklung der Theorie, diese Vernachlässigung der Subjektivität anhält. Sie kommt auch deutlich zum Ausdruck in dem Basis-Überbauschema, wo einige der wirklich wesentlichsten Belange der menschlichen Existenz, des Subjekts, der Innerlichkeit, was sie wollen, einfach auf das Gebiet der Ideologie abgeschoben sind. Das ist Psychologie, das interessiert uns nicht, im Augenblick ist Psychologie nicht so wichtig und so weiter. Und das ist, um darauf zurückzukommen, eine der Errungenschaften der 60er Jahre, die heute weiterentwickelt wurden, es ist meiner Meinung nach reiner Unsinn zu behaupten, dass die Bewegung der 60er Jahre tot ist, dass es Propaganda des Bestehenden aber entspricht einfach nicht den Tatsachen. Dieser Einbau des Subjekts, diese Betonung des Subjekts als Subjekts der politischen Veränderung, wie muss der Mensch aussehen, der eine neue Gesellschaft aufbauen will. Eine Gesellschaft, die nicht einfach eine Rationalisierung des Bestehenden ist, sondern wirklich die neue Lebensqualität, von der wir anfangs gesprochen haben, darstellt. Aber wie könnte man diese neue Lebensqualität charakterisieren? Sie kann ja nicht sozusagen aus lauter Nostalgie bestehen, aus einem Ausbruch, aus der Technologie, aus einem Zurück in quasi paradiesische Zustände, die möglicherweise nie paradiesisch waren. Es würde auch keiner, jedenfalls von denen, die ich kenne, diese neue Gesellschaft charakterisieren als einen Ausbruch aus der Technologie, als ein Zurück ins Mittelalter, oder was es ist. Obwohl es auch die freieste Gesellschaft gebraucht Technologie, braucht Wissenschaft, vielleicht sogar mehr als die Unfreie. Das ist die besondere Verwendung der Technologie. Zum Beispiel, lassen Sie mich ein Beispiel geben, Technologie eingesetzt, nicht in der Produktion effektiverer Waffen, sondern in der Bereinigung der Umweltverschmutzung. Dazu ist Technologie nötig, aber sie steht unter einem ganz anderen Stern. Ja, man hat natürlich Ihnen vorgeworfen, Sie wollten sozusagen die Technik reduzieren, das haben Sie aber selbst schon korrigiert. Dennoch haben die meisten und ich auch aus Ihren Büchern den Eindruck gewonnen, dass sie doch ein ästhetizierendes, idyllisches Utopia entwerfen und natürlich die Realisierungsmöglichkeiten kaum angeben. Und das schien mir eigentlich immer das Problem zu sein, dass dann auch die große Schar ihrer Anhänger mit der Zeit ein wenig unsicher gemacht hat, sodass sie, wenn ich das mal so kühn sagen darf, als Stern und Prophet dieser Gruppen in den letzten Jahren etwas verblichen sind. Vielleicht sind Sie froh darüber, das ist eine andere Frage. Wenn ich hier etwas anschließen darf zum Schluss, so ist das eine Kritik ja nicht nur an Ihnen, sondern auch an der Frankfurter Schule, an der kritischen Theorie insgesamt. Was immer man aufschlägt, das Ende von Adornos Wagner-Buch, das Ende der Dialektik der Aufklärung, manche Seite in ihren eigenen Büchern, es eröffnet sich plötzlich der Ausblick auf die messianische Hoffnung, auf die Utopie, mag sie nun konkret sein oder nicht, auf eine mögliche Erlösung der Menschheit. Und hier ist also der große Sprung aus der Kritik an der harten Praxis in das, was eigentlich sein sollte. Und wenn man den Philosophen dann fragt, ja, wie stellen Sie sich das eigentlich vor, dann heißt es ja, Philosophie ist eine abstrakte Sache und die Praxis der Gesellschaftsveränderung ist nicht Sache des Philosophen. Also welche Rolle hat der Philosoph dann überhaupt? Nur des Bewusstmachens? Die Möglichkeiten zu definieren und die näher ihrer Realisierung aufrecht zu erhalten. Wir haben beide den Begriff Utopie gebraucht. Auch hier muss ich wiederholen, was ich vorher gesagt habe, der Begriff selbst ist heute Propaganda von der Seite des Bestehenden her. Es gibt heute wahrscheinlich nichts, was nicht realisiert werden kann, vorausgesetzt, dass die Menschen ihre Gesellschaft vernünftig einrichten. So von Utopie den Begriff würde ich aus meinem Vokabular verdammen, weil er nun wirklich in repressiven Sinn ideologisch ist. Ich glaube, dass noch niemand es gelungen ist, zu demonstrieren, dass zwar nicht heute, weil Jahrzehnte der Veränderung des Kampfes notwendig sind, aber dass eine Gesellschaft, in der entfremdete Arbeit nicht mehr Lebensinhalt ist und in der Armut und Elend im Weltmaßstab abgeschafft sind, dass das eine Utopie ist. Das können wir einfach heute nicht mehr sagen. Es ist nicht, natürlich jeder Vertreter und Repräsentant der Herrschaft heute hat ein brennendes Interesse daran, es als Utopie hinzustellen. Und so setzt sich dieser Begriff weiter fort im Bewusstsein. Was mich anbetrifft, ob mein Stern im Verblassenen ist, oder wie Sie das ausgewirkt haben, erstens glaube ich, es stimmt nicht, jedenfalls nicht, wenn man die Zahl derer, die die Räume füllen, jedes Mal, wo ich auch eine Vorlesung geben mag, betragen, aber das würde nur gut sein. Ich habe das nie gewollt, ich habe immer betont, dass zum Beispiel die Aufnahme meines Buches, meiner Bücher in Paris in 68 ab einer Koinzidenz der Ansichten beruhen, aber keineswegs daraus, dass ich nun den Studenten gelehrt hätte, wie sie denken sollen. So, wenn ich verblasse, all right, aber als Prophet, um darauf zurückzukommen, und das trifft die kritische Theorie und die Frankfurter Schule im Allgemeinen, sie haben nicht den Anspruch erhoben, Propheten zu sein. Sie haben nicht behauptet, Apotheker zu sein, die Rezepte ausfüllen, wie man es denn machen soll, weil das eben einfach nicht geht. Was die kritische Theorie kann und was der Marxismus kann, der will nicht mehr. Es zeigen, dass die Möglichkeiten als reale da sind, dass Tendenzen heute in der Gesellschaft da sind, die für diese Möglichkeiten einstehen. Darüber hinaus kann er nicht gehen. Ich glaube, dabei sollten wir das beleidigen. Ach so, ist das auch eine Stunde für einen Schnürsenkel? 45 Minuten jetzt genau. Wie viel? 45 Minuten genau. Ich brauchte 60. Das haben Sie mir nicht gesagt. für den Schnürsenkel. Können wir den Ton noch mitlaufen? Das ist nur der Hörfunkton. Dann würde ich jetzt nämlich noch eine Frage, die können wir ohne Bild machen, wenn der Ton noch läuft. Hört uns die Regie? Ja. Gut, okay. Aber da wurde kein Schnürsenkel mitgeschnitten bis jetzt. Ja, das können wir ja dann kopieren vom Ding. Ja, ist klar. Gut, danke Ihnen. Dann stelle ich noch die folgende Frage. Herr Marcuse, vorhin war die Frage nach der Aufgabe der Philosophie überhaupt gestellt worden. Daran möchte ich anschließen die Frage nach der Verantwortung des Philosophen heute. Es wird ja gerade bei den Philosophen, die uns sagen, welche realen Möglichkeiten heute bestünden, behauptet, sie gehen damit natürlich nicht das geringste Risiko ein, denn wenn die Möglichkeiten auch nicht eintreffen, die Entwicklung ganz anders verläuft, welche Verantwortung sollten sie dabei tragen? Wenn man also bestimmte Entwürfe macht, gesellschaftlicher, politischer Art, müsste man natürlich auch eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen, denn sonst trifft einen vielleicht das Wort von ihrem Antipoden Karl Popper, dass die Leute, die uns immer den Himmel auf Erden versprechen, geradezu die Hölle bereiten. Er bezieht das auf bestimmte Realisierungen in bestimmten Ländern. Also das wäre die Frage nach der Verantwortung des Philosophen heute. Ja, also wenn der Karl Popper das, was er zum Beispiel heute in den Sowjet-Satelliten und in der Sowjet-Unfohlen vor sich geht, als das hinstellt, was die neue Linke eigentlich gewollt und versprochen hat, da kann man nichts gegen machen. Ich meine, das ist ein Abgrund von Missverständnis, ein Unverständnis, den man nicht schließen kann. Ich würde sagen, die Verantwortung des Philosophen heute, des marxistischen Philosophen, besteht darin, und das habe ich auch nie getan, nicht zu predigen, nicht zu advozieren, im Gegenteil, die Macht des Bestehenden und die Macht der Gewalt heute nicht zu verkleinern. Denen, die wirklich für die Veränderung arbeiten wollen, zu sagen, das Risiko, das ihr tragt, ist entsetzlich groß. Ihr müsst das wissen, es kann euch wahrscheinlich nicht geholfen werden, aber hier sind die Wege, die vielleicht dazu führen werden, um es bescheiden auszudrücken, einen neuen Faschismus aufzuhalten oder vielleicht sogar zu vermeiden. Faschismus